13 cm lang, 8 cm breit, 2 tief und schwarz sieht es aus Das Land Entertainment für die Kids ist auch ein stundenlang Alleine zu zweit, schicken Brief in der Barz nicht so schnell Also die Antwort, bis sie sich mal losgerissen haben Von diesem horminösen Ding, wie mit Schrauben zwingen Hängen Hände an dem Teil, verbringen Stunden, womit? Was denn daran so fett? Ey, was ist denn damit? Kriegst du nicht mal mit nem Brecheisen weg? Da hast doch was dran versteckt Eine digitale Innovation, ne künstliche Dimension Die unendgelagerte Revolution der Fantasie So was gab's noch nie, das ist falsch Neu ist es nicht, es ist sogar ziemlich alt, hat nur ein neues Kleid Die Technik gibt's schon ne Weile, hat sich aber mit allen nach vorne töten Steckt jetzt in diesem Kasten und monetisiert die Massen jeglicher Klassen und geht wieder Schichten Kapitalisten wird nebendrauf dichten, denn da flotst schon so viel Geld, das ist ekelig Und da fragt man sich, nun, was kann das Ding denn tun? Alles klar, ja, die Antwort, da drin ist wirklich ne Welt Doch hat sie niemand wirklich neu hergestellt? Die Flüssigkeit schlinder Bakterien und Einzell da drin Was macht das für'n Sinn? Ja, ja, die wachsen da drin Habt ihr echt gedacht, das geht gut aus? Habt ihr echt gedacht, das bleibt harmlos? Habt ihr echt gedacht, habt ihr echt gesagt? Da passiert schon nichts an Pass mal auf, wie das ausgeht So leicht hört man mich Aber die teilen sich doch los Was ist denn daran so groß? Na nix, die sind ja klein, aber fein Weil, da kommt man schnell ans Genom Das hackst du wie mit nem Beil, mit Enzymen in zwei Und dann kaufst du dir ein neues Gift Für ne 2,10 Euro Und das baust du dann in deinen eigenen Stamm Denen wachsen so viele Jahre, die brauchen da noch nen Kamm Oder ne Bürste Und für die Würze produzieren sie, wenn du willst Denn auch Methamtyfleiß Was ist denn das für'n Scheiß? Dann ist es halt nicht, dass du ein zweites Gerät Dann bekämpfen sie sich Zwischen zwei von den Teilen kannst du ne Kanüle klinken Und dann schaust du zu, wie die Deinen Die Anna mit Methamtyfle stinken Mit dem eingebauten digitalen Mikroskop Kannst du sehen, wie da drin im Mikroben Die tobt die weiße Blutkörper Sie fiese Antikörper produzieren Lassen damit gegnerische Riesenarmöben Infundieren die wiederum Denn Gegner erwarmungslos und fließen Und mit eingebauten Alberslapunen Die eingeweiht, die schützen Platzen dabei selbst, sterben in den Eltern Doch ratmen endlich viele, dann ist das keine Not Und so bauen Kinder ganz nebenbei Und leiden sie ganze Armadas Für Kleinsoldaten auf diese Weise Und hauen, so eine Schneise Und das Gefüge der Evolution Und sie bauen Klon um Klon Und natürlich wird da nix gefährliches verkauft Sagt die Verfassung Also liebe Eltern, lauft zum nächsten Supermarkt Damit Tochter und Sohn eure Nerven schulen Habt ihr echt gedacht, das geht gut aus? Habt ihr echt gedacht, das bleibt harmlos? Habt ihr echt gedacht, hat ihr echt gesagt? Habt ihr echt gedacht? Da passiert schon nichts am Pass mal auf wie das ausgeht So leicht irrt man sich Timmy war schon immer ein nicht cleveres Kind Nur gierig und strebsam Wie Kinder halt sind Der hat schon hunderte von Armeen zusammengeflickt Und außen davon Gegnern In den Einzeller Himmel geschickt Oder in die Mikrobenhülle Je nachdem, ob sie gut oder böse waren Jedenfalls ist ihm das nicht abgefahren genug Er will was Krasseeres, was Mächtiges Was nicht mehr als Moleküle von seinen Feinden übrig lässt Und Timmy kriegt sie raus Außenviecher gibt's überall Und er sammelt sie auf Platten Büttert sie Und bald gibt der Enttäuscht auf Da ist nichts zu cooles dabei Sie verloren alle Kämpfe Seine Sammelfreude dämpft er Es erfüllte ihn mit Kram Er verstaut sich im Kram Bis er eines Tages einen Schnupfen bekam Und er denkt, ich bin jetzt hab nichts Und er macht nen Abstieg auf den Gras Mit dem Schnorren während seiner Nasroth Von diesen kleinen Barbaren Wer hat mich keiner verschont Er brummt sie auf mit Gläden Mit denen für 5,80 Sie sind richtig gefährlich Die werden fies und krassig Nach einigen Tagen fragt man sich Bereits in seinem Freundeskreis Mann, was soll denn der Scheiß? Wie der und sein Heiß? Timmy sag mal, wo hast du das her? Und gibt's davon noch mehr? Ähm, Moment Und bald steht er aufm Schuhhof Mit seinen Kampfmaschinen In kleinen Gläschen verpackt Jeder kann sie kriegen Der bezahlt, was Timmy für richtig hält Und er hat irgendwann richtig Geld Und wird nen Held Schnupfen ist er nicht das einzige auf der Welt Und er hat da bei seinen Freunden schon mal vorbestellt Wie sollte jemand von euch ne fiese Entzündung kriegen? Sagt mir Bescheid Ihr könnt daran verdienen Und jetzt kämpft man am Streptokokken Und wissen wir Und sie noch ausbauen Erweitern und manipulieren Was draußen verkauft sich Die Knirps und nicht mehr interessieren Wollen wir hier an dieser Stelle intervenieren Die Geschichte wird abgebrochen Um den Klischee zu entgehen Jeder hat genug Fantasie Um das Ende zu sehen Habt ihr echt gedacht Das geht gut aus Habt ihr echt gedacht Das bleibt harmlos Habt ihr echt gedacht Habt ihr echt gesagt Da passiert schon nichts an Pass mal auf wie es ausgeht So leicht hört man dich Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal